Granate! Was sind noch irgendwelche Spass? Bist du einer? Nein! Bist du einer? Ich nehme an, ja! Hallo! Gute Nacht! Hehehe! Was? 6 Uhr? Wo? 1 Schuss und tot! Woah! Fuck! Scheiße! Scheiße! Nehmen wir mal die hier! Ich tue immer die Waffen wechseln, damit wir sie uns anschauen können! Woah! Schwer ist deutsch! Okay! Komm mal! Stopp! 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 Die haben keine Probleme! War der Boden! Hab ich ihn erledigt! Hallo! Bist du ein Feind? Nein! Zielgebäude in... Gute Nacht! Oder guten Tag! Oder was else! Moment! Husten! Okay! Wer lässt ihn hier in seinem Blut liegen! Hä? Wo hast du das? Was ist das für ne Waffe? Und nicht Lachladen! Was soll'n das hier? Hä? Es geht so nicht! Kann man da rüberklettern? Nein! Es passiert gleich was! Hallo! Jetzt ist was los! Hä? Versteckst du dich? Musst du kacken! Der scheißt wahrscheinlich auf die Leiche da! Oder so! Okay! Hm! Wie sieht's aus wie bei meiner Schule! Entschuldigung! Gut! Ähm! Scheiße! Wo geht's jetzt weiter? Ich hab keinen Peil! Wahrscheinlich lauf' ich grad zurück! Deswegen lauf'n jetzt weiter hier lang! Was macht ihr da? Da ist nichts! Seht's da? Wenn hier was wäre, dann würde ich jetzt hochgehen! Boom! Hehehe! Ist da was im Gebäude? Eben! Scheiße! Geht's weiter! Ich lauf' da lang! Na, da ist'n Packplatz, okay! Wir haben die TV-Station abgeschaltet und umgestellt! Ach, das ist'n CV-O sieht aus wie in der Arena! Nee, in der Arena oder sowas! Kann man das kaputt schießen? Nein! Unlogisches Spiel! Fahr'n wir zum McDonalds! McDonalds! Ach, nicht schon wieder! Oh-oh! Da krieg' ich Ärger! Wie messe' ich denn jetzt? So! Ich wollt's' die Fenster aufmessern! So! Jetzt reinsteigen! Hüpf! Oh! Scheiße! Ah! Jetzt geht hier alle Fahrzeuge hoch! Irgendwie hat das Spiel was mit GTA gemeinsam! Aber nur ein bisschen! Uh, denn das gehst du hoch! Und dann ist da! Oh! Oldtimer! Steht da die Automarke dran? N-7-3-4-2-4-N Umgelebtes N! Gut, das ist's! Jetzt spielen wir GTA! Welches Auto nehmen wir denn? Scheiße! 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 Der ist auch scheiße! Kann ich da echt einstecken? Ne, ich kann nur rüberklettern! Ah! 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 Gut, wer ist das Fahrzeug? Nehmen wir denn? Ach, egal! Die GTA werde ich später let's playen! Vielleicht! Aber jetzt zack mal! Call of Duty! Okay! Scheiße! Wo geht's hier weiter? Ich hab echt keine Ahnung! Ach, da! Okay! Und los! Boom! Los, los! Hooo! Und los! Für das, dass es leckt und ich nur am Anfang an Ego-Schule bin, ist das eigentlich ziemlich gut! Ach, scheiße! Sackt's doch, dass ihr... ...Brieten seid! Hallo! Huuu! Yeah! PC! Wir brechen bei Google ein! Boah, voll in den Arsch! Naja! Auch voll in den, keine Ahnung! In den Bauch! Huuu! Dann ist doch die ganzen... ...Salver kaputt waren! Wenn Google schön armen wird! Hehehe! Kann man das Licht ausmachen? Nö! Okay! Wir planen die Welt einzuheben! Dafür! Greifbill zuerst! WTF! WTF! Waaaah! Waaaah! He! I'm the best soldier ever! Hehehe! Ihr könnt die Computer und eure... ...Let's Play Dasein nicht retten! Woah! Fuck! Vielleicht doch! Nein! Nein! Runter, runter, runter! Ah, fuck! Ach, da oben sind welche! Google ist stark bewaffnet! Pfff! Hey! Was ist das? Eine Sharp Gun! Na für mich kann man viel... Na für mich kann man viel demolieren! Hallo! Scheiße! Die Presse ist unser ideologischer Waffe! Ey, was? Oder so ähnlich! Deutsch wäre... Hallo! Google Mitarbeiter! Google Mitarbeiter! Aaaaah! Booo! Ich schieße es einfach irgendwo! Fuck! Vielleicht auch nicht! Scheiße, wo sind sie? Ich seh sie nicht Ja, ich vergesse, die sind immer da oben Quatsch Hier noch ne Granate Happy Birthday! Happy Birthday to you! Ne, das sind keine Kann auch sein, dass es einer... Nein, war auch nicht Waaah! Waaah! Sie wollen ihre... Ach, da oben Deck dich nie mit Google an Ach, da ist einer vor meiner Schnauze und ich check das nicht Woah, fuck Also wenn ich wegen dem Gelegge mal weiter kommen sollte, dann spiel ich das dreimal bis ich drauf geh Und dann... Tue ich es oft gesehen weiter machen, weil mit dem Gelegge kann ich schwer spielen Also ich suche jetzt noch zwei Mal Und dann werde ich's off-screen machen Hitsch, bitch Oh, fuck Hey Google, meine Festplatte ist kaputt, wach anliegt es Halt Repare jetzt meine Festplatte ohne stirb, hehehe Die wollen meine Festplatte nicht reparieren Ja, lassen wir die ruhig schießen, ne? Ganz besonders der, dieser Oberpro hier Echte Profis machen es so Gehen ins Deckung Suchen ihre Feinde Zum Beispiel den da oben hier Und One-hitten ihn One-hitten ihn One-hitten ihn Ach, egal Ist da noch einer? Ja, genau da Ja Ja, so spiel ich online Oh, gar nicht Gar nicht, gar nicht, gar nicht Gar nicht, gar nicht, gar nicht Weg, weg, weg Okay, wieder in Die Hockey Sehr schlechtes Schlacht Feld Leck 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 Geil Es Leck Ich Habe Schaden Geh Moment Aua Ich Bin unter Beschuss Da ist einer Da ist einer Hier sehen wir die Map Aha, das heißt Die Feinde sind hinter uns Aber wo? Verstecken sie sich ziemlich gut Bam, frisst das Und jetzt spielt ein Ein dreigjähriges Kind spielt Call of Duty Heee, cool Ah, frisst das Ja Oh, er ist tot Okay, genug rumgespätelt Das ist eine erste Sache Messer, 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 Messer Nervigsten Ich geh jetzt mal in die Ecke Oh, scheiße, ist mir eine Menge, ey Oh, scheiße, ist mir eine Menge, ey Tue ich einfach mal hier rumsprayen Ich muss mal auf die Toilette Geh durch Du blockierst Äh, geh weg Du blockierst für meine Sicht Hier, für euch Krass, zum Teufel Nein 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 Okay, ich mach's jetzt auf Screen Dann sehen wir uns gleich wieder Ciao Okay, weiter geht's Nach der Aufnahme werde ich versuchen, das so hinzukriegen, dass es nicht leckt Am besten mach ich dann die Frame doch Extrem niedrig Weil ich hab's sehen, das ist ein gigantischer Unterschied Da konnte man echt alles extrakt Auf extrakt Die Leute schießen Und hier Es ist Ziemlich langsam Und das ist unnormal Nach der, also nach der Aufnahme Äh, werde ich Die Frap Werde ich Frap so bearbeiten, dass es nicht mehr lag Ganz ruhig Und dann will ich dieses Ruckel freisehen, also Ja Okay Geben wir erstmal da hoch Oh Leute, ansteigen Satelliten, oder? Sind es Satelliten? Oh heckes Satellite Nein Satelliten Schüssel sind es, genau Hä So schwer Ich verwende nicht so viele Wörter in letzter Zeit Immer die gleichen verbinde ich Und so Solche Wörter wie Satelliten Schüsseln kommen da wenig vor Deswegen ist bis heute es nicht eingefallen Oh Stromausfall, ruft ein Elektriker Mach die Tür auf, na los Ich geh jetzt erst mal rein Ich geh jetzt erst mal rein Boah PSN Hacker Komm gesichert Er ist nicht hier Es ist eine Schleife Das ist eine Aufzeichnung Ich bin ins Buster Hehehe 1 zu 0 Für die militärische Aufklärung Komm da komm Ricks macht den Scheiß aus Verstanden Ich habe eh Mando Hier RedDoc Fernsehstation gesichert Kein Zeichen von aller Saat Das war eine Aufzeichnung Over Ja Stuben Mucke Er ist cool Yeah Er tatzt mir ein bisschen Ok ich mache jetzt Aufnahmepause Dann sehen wir uns Wenn das ruckelfrei läuft Bis dann Tschau